Starke Rentenerhöhung zum 1.7.2022 angekündigt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Warten hat ein Ende. Ich hatte am 21.03.2022 ja nochmals verkündet und gesagt, dass wir auf die aktuellen Zahlen der Rentenanpassung zum 1.7.2022 einfach warten müssen. Und heute, am 22.03.2022, hat Hubertus Heil die Karten auf den Tisch gelegt. Es wird eine kräftige Rentenerhöhung im Westen und im Osten zum 1.7.2022 geben. Und zwar gibt es im Westen 5,35% Rentenerhöhung und im Osten 6,12% Rentenerhöhung. Das sind Zahlen, mit denen aktuell auch wir überhaupt nicht gerechnet haben. Also ich kann nur eins sagen, es wird eine kräftige Rentenerhöhung zum 1.7.2022 geben. Ca. 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner werden höhere Renten bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Aus. useent die Katerin Bloodwelt. useent. Verbrauchung ist. Verbrauchung ist.